so herzlich willkommen zu meiner deli kopfbau nummer 200 special folge ihr habt auf instagram abgestimmt was ihr sehen wollt und ihr habt euch für den alwaha farmer entschieden das ist wohl einer der ekligsten tabaks die es gibt auf dem markt im moment habe ich den jetzt noch nicht drin ich habe den madagascar forest von soma drin der ist noch ganz lecker aber das wird sich bald ändern ich werde das wieder auch im querformat machen also alle die auf youtube schauen ihr könnt euch mal über ein deli kopf am querformat freuen und alle die auf ig tv schauen müssen jetzt das handy drehen ich werde die ansicht wechseln und durch den kopfbau zeigen so also zuerst einmal geht ein ganz ganz lieber dank an die jungs von huken feier raus die habe mir diesen tabak zugeschickt weil ich wollte mir den wirklich nicht kaufen einfach zum nur einmal rauchen deswegen sieht die dose auch schon etwas benutzt aus aber das wird wahrscheinlich nichts am leckeren geschmack des tabaks ändern für alle die die alwaha farmer nicht kennen das ganze soll nach käse und oliven schmecken ja also bei vielen gilt der als der ekligste tabak den sie je geraucht haben ich habe jetzt die dose noch nicht geöffnet ich habe nur mal dran gerochen noch nicht mal offen und da musste ich wirklich fast kotzen also ich freue mich jetzt wirklich nicht so extrem auf diesen kopfbau hier ich werde mir heute den tabak im hukajon 80 feet in der somo edition bauen nehmen den kopf habe ich ja schon öfters gezeigt darin sollte es eigentlich top laufen also ich hoffe mal nicht aber ja ich denke ich werde gleich mal zum kopfbau rüber wechseln und euch zeigen wie ich das gute stück gebaut habe aber zuvor werde ich mal noch an dem tabak riechen also wie gesagt ich habe die dose noch nicht geöffnet bis jetzt ich nehme da mal einen guten zug durch die nase und das ganze stinkt wirklich wie scheisse ja das wird sicher lecker also ich wechse zum kopfbau und ich hoffe wir sehen uns noch beim vorzit und ich sterbe nicht am gestern von dem tabak hier so der kopf ist jetzt fertig gebaut ihr seht es hier ich habe ihn so gebaut wie immer also randhoch und ganz fein angedrückt das ganze stinkt wirklich schon bestialisch noch schon beim bauen ist mir jetzt schon gut schlecht geworden aber ja nichtsdestotrotz werde ich jetzt die alufolie darüber spannen und dann sehen wir uns wohl oder übel bald beim fazit so also die kohlen liegen jetzt schon etwa fünf minuten das ganze brutzelt auch schon schön ich halte mal das mikro hin vielleicht könnte das einigermassen hören also ja es füllt sich langsam der raum mit einem ganz ekligen geschmack gestank ich will irgendwie gar nicht anziehen aber ja ich muss ja fast noch kurz bevor ich meinen ersten zu von der pfeiffer nehme vielen vielen dank für die ganze unterstützung beim format daily kopfbau ich habe jetzt schon 200 folge also 200 tage am stück jeden tag einen kopf hochgeladen und auf instagram sowohl das sowohl auch auf youtube ist die unterstützung wirklich extrem groß also ich freue mich da immer wieder das feedback in kommentar jedes abo jeden vorschlag für irgendwas also bleibt weiter so aktiv und dann wird die serie auch noch schön weitergehen und vielleicht können wir auch ein delikopfer nummer 300 special dann in 100 tagen feiern und ja ich denke ich werde nicht drum kommen ich nehme jetzt einfach mal einen zug mal schauen was passiert ja man hat den geschmack gerade sehr sehr intensiv und das ganze stinkt wirklich einfach nur also ich schmeckt da nichts von käse oder olive oder so raus das stinkt einfach nur bestialisch und das eklige an den lippen ist der geschmack extrem intensiv ich habe immer gedacht die leute in den videos haben da manchmal übertrieben aber stinkt wirklich extrem also die reaktion war da auf jeden fall nicht gefakt ja ich denke ich nehme noch mal einen zug weil jetzt hat sich das ganze schön mit drauf gefüllt ich putze oben noch mal kurz dass da nicht etwas mal lasse in den mund kommt ja da kommen wir gleich das wirken ich denke das wird der letzte zug gewesen sein ich werde heute auch keinen ring zum abschluss machen weil ich möchte dann wirklich nicht ziehen ich möchte den kopf jetzt sofort aus und werde lüften ja ich weiß gar nicht was ich für den tabak sagen soll also für euch selber braucht ihr auf jeden fall nicht zu kaufen das ganze stinkt einfach nur sauer es schmeckt etwas wie verfault weiß ich was ist einfach eklig aber vielleicht zum mal irgendeinen freund pranken oder so als ihm einen kopf bauen und dann ihm den ersten zu geben oder so dafür wäre der tabak vielleicht geeignet aber ja es ist einfach eklig und ja vielen dank fürs zuschauen ich bedanke mich nochmals vor allem support in letzter zeit morgen geht es weiter mit elikopfer nummer 101 und dann werde ich wieder etwas leckeres rauchen also bis dann